Ich stehe für das Thema Fensterfassade. Der Austausch mit meinen Kollegen aus den anderen Ressorts. Matthias Rehberger-Glas. Ulla Vögle-Songenschutz. Genau dieser Austausch sorgt dafür, dass wir über den Tellerrand schauen. Oder über euren Brillenrand. Jetzt tauscht doch mal wieder zurück, damit jeder seine hat. Die Glaswelt-Redaktion hat immer den richtigen Durchblick, weil die Kollegen auch ressortübergreifend sich gegenseitig die Bälle zuspielen und dabei Verständnis für das große Ganze rund um die Gebäudehülle haben. Nutzen Sie diese Kompetenz für Ihre Werbung, denn Ihre Kunden sind unsere Leser.